Heute bin ich nach einem Jahr Pause endlich zurück in Fortnite. Wir werden direkt alles kaufen. Zum ersten Mal den kompletten Battle Pass bis hin zu den letzten Stufen. Ich will solo den epischen Sieg holen, spiele Duos mit meiner Freundin, habe viele weitere krasse Belohnungen. Und für mehr Fortnite abonniert gerne den Kanal. Viel Spaß! Und damit sind wir endlich wieder in Fortnite. Lange ist es her, viele hatten es gewünscht. Es ist absolut krass. Junge, was ist das denn? Lego einfach. Spinnend. Ist komplett leer. Battle Pass ist auch geil. Holen wir uns auf jeden Fall auch. Aufträge gibt es hier auch. Item Shop. Ich würde sagen, zuallererst hier Item Shop. Oh mein Gott. Was geht das so richtig? Ich bin übel der Lego-Fan tatsächlich. Junge, okay. Als allererstes ganz wichtig. Stimmt. Wenn ihr mich supporten wollt, Creator Code Joonas geht auch in Fortnite. Also vielen Dank an jeden Einzelnen, der mich unterstützt. Junge, wie groß ist der Shop denn? Was? Das war alle... Yo! WTF. Okay, das ist viel zu viel. Okay, also es gibt hier Autos. Es gibt Lego-Skins. Es gibt so Lego-Skins. Es gibt hier noch so mit Royal Flush. Sieht auch geil aus. Oh mein Gott, Junge. Dann gibt es hier noch so Ninja-Dinger. Splinter. Junge, die Ninja-Turtles. Was ist das alles? Wir brauchen halt V-Bugs erstmal. Let's go. Wir haben 13.600 V-Bugs jetzt für die heutige Folge. Ui. Nicht zu Hause nachmachen, wie immer. Ganz wichtig, ne? Das sind die wirklich nur für das Video. Da ich jetzt halt ein seltener Fortnite-Video hochlade will, soll es halt auch schon ein sehr cooles sein. Okay, alle sagen, ich soll mir zuerst den Battle Pass kaufen. Okay, dann legen wir los mit dem Battle Pass. Okay, also es scheint 14 Seiten zu enthalten. Wir kaufen ihn erst und dann sollten wir ihn eigentlich auch sehen können. Der große Knall-Battle Pass. Okay, ihr habt jetzt gesagt, ich soll mir den Fortnite-Crew holen. Also wenn das jetzt ein dummer Rat war, dann bin ich sauer. Aber nennt mir auch Vorteile. Fortnite-Crew. Als Teil deiner Fortnite-Crew hältst du Zugriff auf den Rocket Pass Prima. Was ist denn der Rocket Pass Prima? Rocket League auch. Lol, Rocket League auch. Aber ich will nur kein Rocket League. Oh, da kriegen wir auch einen Skin direkt. Lana Lane. Äh, Lana... Ah, das ist der Skin dazu. Ja, geht. Geht. Lego fühle ich mehr. Lego fühle ich. Lamaphon Blaster. Wir bekommen. Okay. Der ist eh cool. Da gibt es bestimmt auch coolere Sachen. Leuchton Lama... Lamexter natürlich. Das ist auch cool. Das ist echt cool. Und 1000 V-Bugs noch. Battle Pass freigeschaltet. Hope einmal. Stifte... Stifte Unruhe. Was ist das? Battle Sterne. Ah, die sind für den Pass. Was ist das denn? Bonus Belohnung. Ah, lol. Dann kriegt man noch so krassere Belohnungen oder wie? Okay. Geil. Ich kann mir Level kaufen. Ah, hier kaufen wir mit 25 Leveln zum reduzierten Preis. Ja, ja, ja. Nur einmal pro Saison möglich. Wir machen erstmal das. Das ist super smart. Dann kriegen wir die Hälfte nur. Oh, wir machen das. Kaufen. Ui. 25 Battle Pass Sterne. So, was kriegen wir jetzt alles? Weil wir sind der Account auch total neu. Das ist schlecht. Das will ich nicht. Ach, Ladebildschirm. Achso, nee, das ist okay. Dann haben wir hier so einen Rucksack. Der ist cool. Aber ich kriege wieder B-Bucks zurück sogar. Das heißt, ich habe sogar schlaue Investitionen gemacht. 100. Jetzt kriege ich noch alles. Was ist das? Kaschierter Krummsäbel. Auch noch. Geil. Oh, das ist übel geil. Das Katzballon. Alter, wie geil. Fieses Grinsen. Was ist das? Oh, guck mal. So ein Emote. Ich finde, die sehen schon ganz geil aus. Okay, was kriege ich noch? Zweite Seite. Zweite Seite. Nee, das ist nicht so spannend. Was ist das? Bildschirm. Ist okay. Ist okay. Was ist das? Ein Spray. Oh, der Ballon. Die Frage, ob ich den lieber... Ich glaube, den in Schwarz fand ich persönlich geiler. Habe ich ehrlich. Das ist hässlich. Skin. Geht. Fällt mir nicht so. Das ist der andere. Der sieht cooler aus nochmal. Oh, ich will den Tiger. Ich will den Tiger. Und das ist auch ganz cool. Ist so ein Effekt drauf. So Tiger-Clown. Wobei, es geht krasser, oder? Hängendes Despray-Fluss. Okay. So, jetzt noch den hier. Den Tiger. Oscar. Der ist geil. Das ist auch das Highlight, oder? Bist du ja, würde ich sagen. Ey, übel geil. Okay, wie viele haben wir noch? Oh, noch 24 Sterne. Okay, eine Seite schaffen wir noch. Kann ich die alle auf einmal einfordern? Ah, so. Viel schlauer. Hä, Seite einfordern. Ja, ja, ja. Guck mal, da kann ich alles einfach durchskippen. So, hier, dann habe ich das hier. Das interessiert mich keinen. Das da. Patzentasche. Das ist cool. Ist das? PS-Krawler. Voll. Champion Oscar. Das ist ganz geil. Okay, Ballonung einfordern. Ah, ich muss hier alles auf einmal. Okay. Geil. Okay, nächste Seite. Ich bin so Payto, wenn egal. Okay, was haben wir hier auf der Seite? Jetzt hier, kann man mal hier durchklicken. Vergeltung Jones. Okay. Missing. Was ist das denn? Das ist ja übel geil. Ist das hier so ein... Markierung? Ach, das ist ein Markierung. Jetzt weg ist er. Alter, der geht. Der geht. Ich werde immer teurer. Ah, mehr Sterne. Oh, ja. Lost. Okay. Knischer. Das ist Gesellschaftsgardestell natürlich. Gehobene Gesellschaftsgleiter. Das ist geil. Das ist richtig geil. Das ist auch wild, oder? Dann, was ist das? Das ist eine Spitzhacke. Das noch. Was ist das? Skin. Ja, das ist cool. Der ist ganz cool. So ein Fechter. Und dann noch mit diesem Schwert. Würde ich schon fühlen. Mal schauen. Das ist jetzt nicht so geil. Das ist jetzt nicht so geil. Sag ich ehrlich. Das ist halt die dunkle Version. Ist so... Ah, wobei. Die goldene Maske ist immer ganz cool. Jeder Seite wird es ja krass damit. Jeder Seite wird ja eigentlich teurer und so. Montagu. Keine Ahnung. Thakyo wahrscheinlich ausgesprochen. Boah, das ist auch eine geile Spitzhacke. Guck mal, das ist eine Diamantkralle mit so einem Diamanten drin. Das ist schon geil. Dann ist das. Unzerbrechlich. Kohlenstoffhalter. Halfter. Ja, ist auch ganz geil. Sag ich ehrlich. Das. Und ich hab keine Ahnung. Ist ein Charakter oder so? Geht. Geht. Ist ganz okay. Dieser Diamant-Ding ist ganz cool. Was kriegen wir? Brillant-Schiff. Schliff. Montagu. Mhm. Diamant-Thron. Oha. Das ist auch wild. Was ist das? Du wählen besetzt. Mit dem Diamanten. Cool. Grand Clay. Ja, denke ich mal ausgesprochen. Kleiter. Ah, geht. Das ist auch schon cool. Ist auch schon cool. Oh, jetzt bin ich gespannt. Was ist das denn? Oha. Okay. Die wäre es doch jetzt mit Abstand am krassesten. Hä? Das ist ja ultra gut. Das ist schon geil. Das ist schon geil. Das ist schon wild. Jede Seite besser. Oha, wie geil. Das ist dieser Hund. Pinata Brian. Spitzhacke. Wie geil. Kondensstreifen. Okay, sehr wild. Ich trage Griffin einfach als Skin. Okay, geil. Habe ich jetzt nicht so viel geschaut. Aber ist trotzdem cool. Ist trotzdem cool. So, was ist das? Herz in Flammen. Ihr kennt das auf jeden Fall. Oh, das ist cool. Das ist ganz cool als Rucksack eigentlich. Oha, das ist auch wieder geil. Niederbrand. Und der Skin soll krasser sein als der andere. Will ich jetzt nicht so persönlich wieder. Wobei die Pistole ist ganz cool an der Seite. Wobei die Flammen an den Füßen sind ganz cool. Sehe ich gerade. Okay, okay. Okay, vorletzte Seite. Jetzt bin ich gespannt. Vorletzte Seite. Wir kriegen da so Autos, ne? Was ist das? Skorpion. Wo sind die anderen Autos? Weiter. Ah, es geht noch weiter, glaube ich. Ah ja, hier. Ruhrgesellschaft. Wo hier? Ah ja, hier sieht man es mal. Letzte Seite. Okay, final. Boah. Das haben wir jetzt alles bekommen. Wird noch gar nicht gezeigt. Das ist übel cool. Okay, letzte Seite. Uns. So, sehr geil. Ja, hier nochmal das Brenn. Oh, brennt das Brot? Nee. Der ist ja wirklich wild. Gut Hacke. Der ist der Valeria. Das ist cool. Das ist cool. Und Highlight war so dieser eine Diamant-Typ, glaube ich. Der, den fand ich cool. Den fand ich cool. Der sah irgendwie, der klitzert auch so schön. Ey, okay, crazy. Komplett den Metal-Bars durchgekauft. Spinnt. Okay, jetzt, jetzt haben wir den richtigen. Spinnt. Okay, Peter Griffin haben wir schon alles geäußert. Okay. Oh, das ist wild. Was ist das? Astroworld-Okan. Okay. OMG, oha. Äh, Travis-Gleiter. Der ist krass. Achso, ich habe ja früher schon mal gespielt. Nicht viel, aber also fast gar nicht. Wo habe ich denn her? Woher gab es den denn? Ey, wieso rasten alle aus? Der ist selten. Hä? Ja, ich habe schon früher ein bisschen Fortnite mal gespielt. Ich habe damals, 2019 auch schon mal ein bisschen gespielt sogar. Ey, wieso rasten alle aus? Hä? Okay, dann, äh, ich bin, äh, das ist verwirrt gerade, aber ja, okay, dann habe ich den scheinbar. Ich weiß auch nicht, woher. Und raus. Okay, okay, okay. Also, das ist das Ziel. Die Runde muss gut werden. Was laden wir denn da auf? Was ist das denn? Energie oder sowas, ne? Okay. Oh, da landet noch jemand. Oh, der Gleiter sieht schon geil aus, den ich habe, sage ich ehrlich, dafür, dass das auch so selten ist. Okay, wir sind nicht der Einzige. Wo landen wir? Ich bin jetzt hier direkt auf dem Dach. Ich glaube, das ist ganz gut. Hoffe ich. Willst du das Fenster rein? Komm nicht rein. Schnell. Ich komme nicht rein. Nice. Nein. Jetzt. Ich muss doch irgendwann eine Kiste kriegen. Das sind Schritte, das sind Schritte. Ich habe eigentlich schon mal eine Waffe. Das ist gut. Das ist direkt einer draußen hier. Dann lass es erst mal looten, aber lass es mal looten. Ich schleiche weiter. Direkt die Schritte. Ist hier irgendwas? Hier ist ein bisschen was. Ah, es geht direkt zur Sache jetzt hier. Keine Ahnung, ey. Das sind überall Gegner. Irgendwann ist noch eine Kiste, glaube ich, hier. Ich weiß Angst nicht, wo. Ich glaube, über mir ist lauter. Probier's. Nice. Volltreffer, Volltreffer. Sehr gut. Sehr gut. Geil. Es sind richtig viele Waffen. Oh, ist gut. Sniper weiß ich jetzt nicht. Die vier vielleicht. Sniper doch. Okay. Da. Da ist, was ich höre. Da muss das sein. Nice. Blau ist ja. Ist das? Blau. Blau ist gut. Blau ist immer gut. Und eins. Blau. Ja. Blau ist immer gut. Blau ist immer gut. Ich probiere mich mal hochzubauen. Ich kann nicht bauen. Stimmt. Das ist jetzt lost. Sekunde. Das sind Schüsse gewesen. Das sind Schritte. Ich sehe aber nicht, wo. Ja. Oh mein Gott. Ich war ganz still. Erster Kill. Ja. Ich war nie weg. Oh mein Gott. Double Kill. Ey, das ist geil. Das ist geil. Ey, dafür, dass ich gerade zum ersten Maß spiele seit keine Ahnung wie lange oder auch nicht so viel gespielt habe früher, ist das echt solide gewesen. Double Kill direkt. Oh, das war einfach Adrenalin hier für mich direkt. Geil. Jetzt erst mal. Boah, wir haben zwei Gegner ausgeschaltet. Das ist schon zwei mehr als ich erwartet hatte. Erst mal in die Mitte, würde ich sagen. Und schauen, was es hier gibt. Verbannt. Verbannt brauchen wir. Vielleicht der Sniper. Verbannt mitnehmen. Sehr gut. Überleben das schon. Top 50. Sehr geil. Wer schießt hier mal. Ich schleiche mich wieder ran. Nachladen schon mal. Oh, hier kommt ein Loot Drop oder sowas, oder? Keine Ahnung. Ich weiß, dass jemand erst mal schießt hier. Ich muss ihn halt überraschen. Ich darf jetzt hier nicht zu... Die fighten da, die fighten da. Sieht ihr mich? Die fighten da. Ich muss da jetzt ran. Ich muss da ran. Die sehen mich nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Weg. Ich schleiche mich jetzt von der Richtung aus an. Geht ja nochmal raus. Kommt, zwei habe ich schon. Oh, man schießt auf mich. Oh mein Gott. Weg. Lieber weg. Ich weiß nicht, woher die kamen. Irgendwo kam ein Sniper. Ach du Scheiße. Hä? Wieso ist denn der so lost? Ich hoffe, mir die Sache schnell kommt. Oh mein Gott. Sie. Was ist das? Eh. Das habe ich schon. Das habe ich schon. Ach du Scheiße. Das ist schon Top 27, Leute. Das ist übel gut. Wir haben eine gute Position. Ey, ohne Witz ist es gut. Wir haben auch Verband. Wir haben Schildtränke. Wir sind Full Life. Top 22 schon. Ist der ein Zug? Ja, besser nicht drauf anlegen. Oh, hier ist einiges. Hier ist einiges. Das ist kein Gegner jetzt direkt, der nicht sehe. Wie hat er das nicht aufgesammelt? Was ist das denn? Ambus Raketenwerfer. Boah. Das ist wild. Oh, hier. Das ist, glaube ich, besser. Okay. Ich glaube, es ist wahrscheinlich jetzt. Ich weiß nicht, was das so gut ist. Wir nehmen den mal mit. Wir nehmen den mal mit. Geil, 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 geil. Da hinten sind halt auch diese Häuser. War ich da schon? Ich glaube nicht. Oh, kann ich das Auto fahren? Oh ja, aber es brennt auch schon. Ah, ich habe es gerade selber abgeschossen. Ja gut, ne? Ich muss in die Richtung sowieso. Da ist ein Schuss. Da ist ein Schuss. Wie kann ich aussteigen? E. Also hier sind auf jeden Fall Gegner. Wir sind schon top 4. Halt nicht. Ich versuche, mich mal ranzuschleichen. Ich weiß nicht, ob es so smart ist, was ich jetzt mache. Die müssen hier direkt sein. Top 14 schon. Wer ist da irgendwo? Sehen halt nicht. Scheiße, ich vergesse wieder den Sturm. Da hinten. Da hinten ist einer. Da hinten ist einer. Und da hinten kommt auch noch jemand. Die Bäume geben mir ein bisschen Deckung eigentlich, oder? Zumindest von der Sicht. Die fighten da. Oh, da ist gleich einer gestorben. Habt ihr das gesehen? Die fighten da. Um mich so ranzuschleichen, ist die... Da fighten überall Leute. Oh mein Gott, was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Der sieht mich, glaube ich, nicht. Der checkt das irgendwie nicht. Nice! Das ist ja gar nicht gecheckt. Abgestorbt. Episch irgendwas dabei? Episch irgendwas dabei, ja. Oh, das sieht gut aus. Sekunde. Oh scheiße, ich muss aufpassen. Ich renne lieber. Der ganze Loot, Mann. Egal. Der holt sich denn jetzt, ne? Ich weiß ja nicht, was da alles dabei war. Was? Was war das denn? Okay, ich brauche noch einen... Wir kaufen uns noch einen coolen Skin, hat mir gesagt, als Belohnung. Welchen Skin kaufen wir uns? Yo, was ist das denn? Es gibt direkt das Kratzer-Kompanie-Elite-Paket. Der ist auch cool, der Abenteuer-Charlie. Junge, es gibt übel... Der Herzenspray. Fresha, nicht Herzenspray. Ich dachte, Herzenspray. Ich dachte, da ist er halt so. Der Herzenspray. Okay, dann hole ich mir einen Ninja Turtle. Okay, ganz viele wollten einen Ninja Turtle haben. Dann hole ich mir Donatello, komm. Zack. Ausrüsten direkt. Alles ausrüsten. Zack. Pass auf. Da sind immer viele Gegner. Ach du Scheiße, das ist in der Fiere. Ich gehe in diesen Turm. Boah, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Das ist direkt eine Kiste bei mir. Ich bin hier als Einziger. Ich habe jetzt eine Waffe, ich habe eine Waffe. Das kann so ein Meme sein. Ich habe eine Waffe, ich habe eine Waffe. Ja, ja, ja. Na, scheiße. Wieso habe ich mir nichts gefunden, aber habe mein Biggie schon. Ich habe schon getrunken, vielleicht bin ich so froh. Schrecklich. Hä, was habe ich denn jetzt unter den Arm? Weiß nicht, weiß nicht, Thomas. Oh, das ist so eine Champagnerflasche mit Schilddrank drin. Ach so, ja, ja. Wenn du es gedrückt hältst, dann bekommst du Schild. Ja, übel geil. Das ist das denn, das ist ja übel geil. Das waren wir noch nicht damals. Dieser Gleiter, den ich habe, das ist so ein seltener Travis Scott-Gleiter, den ich angeblich... Oh, das ist ein Gegner bei mir. Ich bin hier, ich bin hier, ich habe Gegner bei mir. Ich bin hier, ich habe Gegner bei mir. Scheiße, aber wir sind auch, ich bin genau ein Gegner Garant. Das sind die Gegner, die ich meine. Auch. Ab ein. Ja. Wichtig. Ja. Ey, was hast du denn jetzt? Ach so, ich glaube, schießt krass. Also meine Waffen sind Hardcore Trash bisher, aber Pistolen sind immer schlechter, Pistolen lieber dich einsammeln, oder? Ja, also am besten, am besten Fall brauchst du Pumpgun, Mini-OC, also Maschinenpistole und ein Sturmgewehr. Ja, dann sollst du eigentlich ganz gut sein und halt hier und halt genug Netz. Ich habe weiterhin irgendwie nichts ge- Ah, da ist glaube ich ein Pumpgun, oder? Denke. Gegner. Ach, du bist ja ganz woanders, ach du Scheiße. Ich renne. Ne, da lang. Ich schreie. Ja, das ist richtig. Wer schreit? Da hat jemand geschrien, keine Ahnung. Ha, okay. Nicht? Ich habe nichts gehört. Oh, Strecker, Sturmgewehr, Adlerauge. Das sind Flaschen nicht weg. Da sind sie. Komm mal. Pass auf, die kommen jetzt hoch. Ach, die sind oben. Ey, euch, wenn das snipet. Ach, das bist du, Scheiße. Die Zone kommt noch langsam. Waren wir jetzt? In die Zone. Ich versuche hier gerade gegen die Gegner zu falten, um ehrlich zu sein. Ich sehe die nicht. Scheiße. Ich muss es bleiben, wenn die Zone kommt. Okay, ab die da und geh in die Zone, geh in die Zone. Ja, ja, ich bin da, ich bin da. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Geh in die Zone, geh in die Zone. Ach, ich gebe mir kurz den Med-Kit. Ach, ich bin so dumm. Ich weiß, alles gut. Wenn ich gleich sterbe, musst du mich hochholen. Ich weiß nicht, ob ich das auch schaffe. Aber ich glaube, es sieht gut aus. Ja, ich habe es geschafft. Du brauchst den Med-Kit? Ich habe eins. Hab ich. Okay, auf geht's. Hä, was hast du denn gefunden? Was ist das denn? Sag mal. Willst du mal probieren? Ja, äh, äh, äh. Das ist mir so schwer, zu so aufhineinander tippeln. Oder wie geht das? Ja, wenn du dann halt auf Gegner gehst, dann kriegen wir ja das ein Damage logischerweise. Kannst du das da brauchen? Das lädt sich immer wieder auf. Also dreimal am Stück und dann brauchen wir zu kurz warten. Aber wir sind schon gut dabei, guck mal. Top 42. Ist schon gut. Sehr gut, wir sind Profis. Okay, kommst du mal kurz bitte zu mir? Ich will nicht mehr ruhen vor mir. Okay. Jet. Kannst du mir, nimm mal das hier, statt dem, nimm mal das hier noch mal rein, statt dem, äh... Ersten? Ja, das ist besser, ja, ja. Da fährt ein Auto, hörst du das? Ist kein Auto, ist ein Zug. Sieh, der war aus wie ein Auto-Symbol, aber egal. Pass auf den Aufspringen. Okay. Hallo. Lol, man kann da drauf. Ich wollte dich gar nicht. Ich finde das auch sehr gut. Können wir das auf? Guck mal, wir können die Truhe aufmachen. Was ist das, da bleiben oder du? Ist egal. Ist egal. Sehr gut. Ja, was wackelst du mit dem Arsch zu meiner Kamera, Alter? Ich war gerade so komplett so, du... Oh je. Wie geht das? Ah. Ich müsste mit Italien gehen. Ja. Geil. Oh, da war einiges drin. Geil. War da irgendwas Brauchbares? Oh, ich kann eine Band gründen. Du kannst eine Band gründen. Du kannst mitmachen, glaube ich. Oh, da waren gute Sachen dabei, oder? Dann müssen wir das Sturmgewehr-Geheim-Operationen steckst du nicht so was. Ich habe ein bisschen was genommen. Soll ich das da liegen lassen? Ah, Schrotflinte ist gut. Da habe ich eine bessere, eine blaue, ne? Ist das eine Schrotflinte? Ja, ja. Das ist da? Ja, ja. Okay, cool. Richtig. Okay, lass uns mal aussteigen. Ja, wo? Ich bin zu tief gefallen. Spring nicht so weit wie ich. Ey, der Experte hier, ne? Da ist jemand. Was ist der Bot? Oh, da ist so ein altes Fahrrad einfach. Oh, ich habe noch eine Kiste gefunden. Sekunde, ich hole die kurz. Oh, Legendär. Egal gewesen. Das ist noch eine Kiste. Oh, geil. Und? Ich habe einen ballistischen Schill. Das ist gut. Guck mal. Da musst du halt wissen. Da musst du halt überlegen, also, ob der das Gegner was austauschen würde. Also, hier würde ich behalten. Sturmgewehr und Pumpgun auch auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob die Schwerter für dich besser sind oder der Schild. Das musst du halt entscheiden. Werter. Nein, ist okay. Oh, ich kann die so aufladen mit so einem Dash. Da sind so Balken außen. Dann laden die sich auf. Das ist übel krass. Ich kann sogar drei Balken aufladen. Oh mein Gott. Ich würde übel rasieren damit, glaube ich. Missvoll. Was ist denn da? Mit dem schreibst du? Was ist das denn? Mit einer Tomate schreibe ich. Oh, der hat ja gerade einen Trick gemacht. Guck mal auf den Motorrad, wie ich aussehe. Das ist ja übel geil. Boah, das ist ja übel krass, das Motorrad. Das kann dann sogar die Wände fast hochfahren. Gar nicht ganz. Komm mal rein her. Hier kriegst du auch blaue Items. Ja, ich komm schon. Ich hab eigentlich schon blaue. Oh. Oh, jetzt hab ich in so ein Board überfahren. Ey. Oh, ja, das ist nice, das ist nice. Ich glaub, ich hab jetzt schon eigentlich alles. Ich hab schon blaue Items. Ja, ich hab alles. Ich bin super ausgerüstet, glaube ich. Wo bist du denn schon wieder? Ich bin vorne. Ich bin in der Zone gleich. Gegner hier. Ach du Scheiße. Oh, ich bin in die falsche Richtung gefahren. Ich bin in der Zone. Zurück. Was machst du? Ich weiß nicht, wo ich lang muss. Ich hänge. Jetzt. Ich bin draußen. Ich bin wieder gegen... Oh. Ey, ohne Witz. Also, oh man. Jetzt. Ich bin auf der Straße. Ich bin auf der Straße. Ich glaub, ich schaff das. Ich bin in der Zone. Da lang. Habs. Habs, 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 habs. Puss. Schaff der auch. Ja, jetzt musst du halt wieder Heal-Dings nehmen, ne? Wie bist du denn jetzt? Schau mal, du bist da ganz woanders schon wieder. Ja, da oben sind Redner. Ich komm mal. Wir sind schon Top Ten. Oh, was. Du bist stark. Ich komm nach. Ich werd runterfallen. Oh Gott, jetzt mir. Hm, ich komm hier irgendwie nicht lang. Jetzt hier, glaub ich, ich komm nicht lang. Ja, sehr gut. Ich spott 5, aber jetzt. Oh Gott. Ich glaub, ich sterbe. Warum? Ich bin im Auto ertrunken. Okay, doch nicht. Also, normalerweise wär ich gestorben im echten Leben. Auf jeden Fall. Das ist Fortnite, wenn ich das echte Leben. Ach du Scheiße. Oh, wir sind schon Top 5. Das heißt, noch 3 Gegner, ne? Ja, gewinnen wir. Hier ist ein Gegner. Oh mein Gott. 3 Gegner? Hab ihn. Ah, das ist ein Gegner. Was ist denn das Gegner davon? War das nur einer? Ich hab's gar nicht geschickt. Ich hab einfach auf unsere Mate geschossen. Oh mein Gott. Vielleicht ging er doch noch eh geschnappt. Ja, 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 ja. Müssen wir, müssen wir kommen. Wir haben jetzt noch 2 Gegner. Schaffen wir. Also, ein Team oder 2 gesplittert? Dann müssen wir schauen. Hier oben ist der. Schütte, schütte, schütte. Oh, der ist Schwitzer. Ach du Scheiße, ich seh's. Vielleicht. Der soll er sich. Soll er sich ausbauen. Wenn er keine Mate mehr hat. Scheiße. Uns rausgeschaut. Ich seh den halt gar nicht. Soll er sich ausgaben. Jetzt hab ich noch ein Gegner. Sekunde, er ist hinter mir. Oh mein Gott. Da kommt es rein. Oh. Ich bin den Berg runter. Was ist denn unser Bot da? Du rettest mich da noch, oder? Ich kann nicht, ich kann nicht in die Zone, weißt du was für Savage macht? Du musst mich retten. Ich kann nicht mehr. Das sind die letzten 2. Schnell. Ich bin gestorben wegen dir. Er ist mich einfach allein gelassen. Entschuldigung. Ich hab dir gesagt, so was ich nicht sehr so mit den... Ich hab kein Greenlight, das wird's gewesen sein. Du musst den holen. Kann ich nicht, ich hab ein HP. Du musst den holen. Ich kann nur campen und hoffen, dass er in der Zone verreckt. Wo ist der denn? Ich camp jetzt kurz, warte. Bis ich irgendwo Greenlight gefunden hab. Nein! Bist du dumm! Ich wusste nicht immer... Ah! Das war nicht gut. Das muss besser werden. Ich kauf mir jetzt die Weekend. Okay. Ja. Was geht? Du mit deinen Skills suchst und kaufst du die Weekend. Ich hab mir jetzt die Weekend gekauft. Okay. Nichts gegen die Weekend. An der Stelle nochmal vielen Dank für jeden Support. Wenn ihr mich unterstützen wollt, denkt gerne natürlich an CreatorCode Jonas im Itemshop. Und ansonsten, haut rein. Da ist noch der Abschnitt verlinkt. Da hab ich noch weitere Fortnite-Videos schon in der Vergangenheit aufgenommen. Lasst gerne ein Abo da für mehr weitere Videos. Und mal schauen, was ich das nächste Mal wieder was hochladen werde. Haut rein. Ciao.